Ja hallo, ich bin der Sven Zinserling, grüße euch, ich komme aus Hanau. Warum bin ich der perfekte Mitbewohner? Das ist ganz einfach. Geht auf meine Webseite, svenzinserling.de, ich bin der Flamingo-Mann. Also wenn das nicht das Coolste ist, was es gibt, ich als Flamingo, dann weiß ich auch nicht. Ich bin spontan, ich bin lustig, ich kann frei reden, akzentfrei, wie ihr hört. Ich lebe das Leben, ja genau, ich liebe das Leben. Ich habe 18 Jahre im Ausland gelebt, 13 Jahre in Thailand, in Miami, in Spanien, auf Bali, als Tauchlehrer. Habe den Tsunami überlebt, die Bali-Bombe, den Hurrikan. Also mich kann eigentlich nichts mehr schocken. Ich stehe mein Leben gerne vor der Kamera, bin offen, bin direkt, bin spontan, kann verschiedene Facetten spielen. Ich bin jedenfalls anders als alle anderen, das weiß ich. Guckt euch meine Webseite an, schaut, was ich alles schon drehen durfte, sage ich immer. Und macht euch ein Bild von mir, ich denke mal, cooler geht es einfach nicht. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Ich bin 49, ja, junger aussehend, weil Mama hat eine Schönheitsfarm. Ich tue halt auch viel für mich, gebe auch viel Geld dafür aus. Gerade 16 Kilo abgenommen, freue mich natürlich wie Bolle. Ja, und jetzt liegt es an euch. Okay, hier war der Seven, ich wünsche euch was. Meldet euch. Ja, ich wünsche euch.